da heiße ich euch herzlich willkommen zurück hier so haben wir noch zwei örtchen die wir einnehmen müssen den hier absolute kontrolle dass das mit siegpunkten das ist halt auch mega schwierig und das mit zwei brücken halten ich werde das hier wahrscheinlich eher machen weil das halt an sich besser ist problem ist er ist ja hier der mit den panzern das bäger jetzt mit den flugzeugen und der ist sehr unterstützer werden aber den unterstützer dafür nehmen müssen letztendlich werden uns um orain kümmern oder wie auch immer das kv ist wir schicken die beiden kompanien nach da und da dann kann er nicht nach da oben weil wenn er hier so rum dann wird er vorher eh zerstört also wenn er jetzt hier so flieht kann er halt nur hier so also wenn er hier so so dann wird er hier zerstört nach dem dritten move glaube ich und nach unten hat er auch keine chance dann nehmen wir mich mal dann nehmen wir mich mal Doc und richten das mit Doc ja hauptsache ähm pass auf Doc ist halt der ist halt überhaupt noch nicht großartig verstärkt also schon aber ihr wisst was ich meine hab's doch ja kein artillerie ziel festlegen what the fuck kostet 20 wir brauchen aber die verstärkung oder brauchen wir die verstärkung ich weiß es dieses fahrzeugsperrfeuer das ist richtig gut das können wir auch mal weiter reduzieren dann verstärkt man den trupp mal noch was klar so damit nehme ich die Doc company die verliert jetzt eh 5 punkte das speichern wir mal ganz kurz ne wir speichern können wir eh nicht speichern so die fünfte Panzerwehr besitzt Oren seit Mitte Dezember im Dorf überspannt zwei Brücken im Fluss Ohr direkt an der deutschen Grenze diese Brücke bietet unsere Kräften einen wichtigen Weg nach Deutschland ok also sie haben jetzt keine schweren Panzer aber die die haben Obersudaten Infanterie Unterstützungskanonen und höhere feindliche Veteranenstufe wobei ich glaube also ich glaube das letzte wäre halt echt schwierig zu mastern weil du brauchst dann halt massive Panzerabwehr und so können wir uns halt eigentlich eher auf Infanterie konzentrieren das heißt M7 priest for the win die ist halt echt von unschätzbaren Wert im Dorf Oren führen zwei Brücken über den Fluss Ohr sie spielten eine wichtige Rolle bei der deutschen Offensive obwohl unsere Jungs sich tapfer wehrten gelang es dem Feind die Brücken einzunehmen und so Panzer und Einheiten schnell in alliiertes Gebiet zu bringen nun müssen die US Forces diese Kreuzung zurückerobern und den Vorstoß der deutschen in die Adennen aufhalten wo sieht es mich aus passt auf wir müssen die Brücke vor uns sichern die 112 bewegt sich im Norden auf die andere Brücke zu ich erbitte Beobachtung der Trupps und einen Lagebericht die 112 befindet sich auf dem letzten Stück wir sind in drei Minuten los hört zu Kameras bringen sie die Kampfgruppe rein auf geht's ich hoffe die kümmern sich da oben um seine oh leid da sind ja Gegner vorstoß hinterfakt kontakt feindliches schweres Mg bewegt euch es geht los warnbefeilung zum drücken nochmal Besatzung bereit hier scheint jetzt hier keiner oder der ist hinüber Hauptsache die Mörser sind erstmal aus meiner Stelle Männer haltet rein da und zwar plötzlich Die Truppe sichert ja eh der Innere, oder nicht? Sprengt euch an! Haltet euch an den Plan! Spezialisierte Angriffspioniere in Reserve und Einsatzbereit! Sie versuchen rüberzukommen! Sammelt euch in der südlichen Brücke! Voller Erfolg! Feindliche Infanterie neutralisiert! Sie beschießen die Brücke mit Mörsern! Die Schweine wollen sie zerstören! Finden sie den Mörser und eliminieren sie ihn! Ah, ich finde die Seelen, meine Freund Treibstofflager abgeschlossen! Es sieht folgendermaßen aus! Sichert den Perimeter und bleibt unten! Wobei der eigentlich nur rumgammelt gerade Macht euch bereit! Ein Lieutenant hat sich zum Dienst gemeldet! Alles herhören! So sehen und damit raus aus! Wir rücken aus zur Position Sicherung! Alle haben es aber... Warte mal! Warte mal! Alle Manns Deckung und Verstecke! Hier wissen wir was zu tun! Linienformation! Los geht's! Scheiß drauf! Verschwindet von hier! Erhobert den verdammten Bereich! Und los! Erhobert den verdammten Bereich! Und los! Wir haben jetzt damals Treibstoff! Genau da Jungs! Noch mehr Munition für Angriffsherrn! Wir sind bereit! Schwerfeuer erfolgreich! Werden vom Feind beschossen! Bringt den Angriff nach vorn! Steh noch ganz! Sie haben uns festgelagelt! Feind erledigt! Erteilt den befebten Deckungsfeuer! Rückzug! Dort schon die Treffen! Aber tun sie nicht Wir brauchen die Pack da vorne Ja, wie denn? Ja, wo geht er denn lang? In der Tat So langsam kriege ich genug von hier Aufgepasst, Jungs! Macht euch ein! Männer, haltet euch bereit Wir gehen los! Wir haben jetzt drückt! Alter, bitte für uns! Bau abgeschlossen! Zu Deckung! Bereit machen für Befehle! Beschuss und Panzerabwehr! Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss Los, los, los! Konzentriert euch auf die Hauptschäden! Rohr bereit! Feuerauftrag! Mehrere Schuss Sprengstoffe! Eins laden! Werde anpassen! Bereit halten! Alles erledigt! Die Kraft greifen unsere Position an! Macht euch bereit! Wir reparieren alles wichtige Gerät! Wir haben eine Geschwibsbedienung verloren! Ernsthaft! Wir haben die südliche Brücke gesichert! Sammeln uns jetzt am Ufer! Errichtet mir einen defensiven Perimeter um diese verdammte Brücke! Die Brücke darf nicht fallen! Ich hab schon verstanden, dass die nicht fallen darf, Junge! Die Truppen bereit zum Einsatz! Die Deutschen haben sich aber in der Umfer verschanzt! Wir können die Brücke nicht überfeiern! Sie stoßen im Norden auf schweren Widerstand! Schicken Sie einen Trupp da hoch und helfen Sie, wenn möglich, aus! Ja! Jawohl! Alles klar! Ich trye her hart! Bewegung! Schafft sie doch nicht! Schafft sie doch nicht! Deutsche mit der Seite die Unterstützung in der Nähe gesichtet! Ziel zerstört! Weiter so! Meld sie nieder! Wir können uns keine Verzögerung leisten! Knallt sie ab! Der Schuss durch Panzerabwehr! Ziel zerstört! Weiter so! Feuer! Feuer! Weiter so! Feuer! Und dran! Ist das Ihr Ernst? Jungs! Wir wollen die Sache verfördern! Zeit erledigt! Streng nach Vorschliff! Wir ziehen uns zurück! Junge! Ich muss hier... Da hinten wieder nur! Also gut, ihr Pfeifen! Alles herhören! Abrücken! Los geht's! Also gut, Männer! Wir setzen zur... Achtung! Orang Sektor! Aufklärung meldet, dass eine deutsche Einheit einen Vormarsch auf ihr Gebiet vorbereitet! Erwarten Sie weitere Meldungen! Die Zeit ist ein Luxus, den wir nicht haben! Wir müssen uns möglichst schnell für den deutschen Gegenangriff vorbereiten! Das wird hart! Einheiten in Ihrem Gebiet haben einen Panzer lahm gelegt! Finden und zerstören Sie ihn, ehe die Deutschen ihn erreichen! Macht euch bereit! Wie kann der da nicht rein? Ich hab die Kanone! Nimm das Dreibein! Auf geht's! Das ist ja frech! Nehmen wir den da raus! Schwingt doch! Erste das aus! Bewegung! Los! Alle mal nach drinnen! Na auf die Beine! Bewegt euch! Hör zu Kameraden! Macht euch bereit! Achtung! Auf die Beine! Versammelt euch! Ich rieche... Versetzt die deutsche Panzerabwehrkanone! Wir sind hier bei voller Stärke! Bereit machen zum Stellungswechsel! Kanonen geladen und bereit für Sperrfeuerbefehl! Das können die theoretisch oben durchbrechen! Werden sie aber nicht hinkriegen wahrscheinlich! Weil sie es nicht dürfen! Passt auf Jungs! Macht euch fertig! Hol den Mörsertrupp! Wir gehen los! Hört auf damit! Und spitzt die Ohren! Holt euch das schwere MG! Beeilung! Alles klar! Macht euch bereit! Patrouillen formen wir! Bringt sie in Bewegung! Ich schätze da ein bisschen Gegenangriff! Okay! Da haben wir ja ein paar Minuten! Wack zusammen Männer! Lasst euch nicht aufhalten! Besatzung bereit! Rein da! Es war plötzlich! Und zwar plötzlich! Wir bekommen neue Befehle! Wie kommen wir denn da hin? Na da! Okay! In Ordnung! Bewegt euch! Weil sie sich EAs hier! Keinen verdammten Schnips tragen und ihre Unierungen drecklich sind! Bleibt zusammen! Drückt aus! Passt auf euren Abstand auf! Was hat sie dir denn? Ne! Deutsche Infantilien! In Westensburg! Das ist der Einfallsektor von denen übrigens! Also von hier kommen die! Also von hier kommen die! So was? Jetzt zieht sie die Eingriffsrichtung! Schießen sie los! Wir sind bereit! Haltet die Linie! Haltet die verdammte Linie! Passt auf Jungs! Unter Beschutz! Kanone zum Bewegen bereit machen! Feindliche Infanterie! Panzerabwehrgeschosse bereit! Artillerie wartet auf Ziele! Das ist ein Braum! Guck mal, die sind schon geflüchtet schon! 105er Befex bereit! Klar zum Feuern! Feindliche Infanterie ausgeschaltet! Das ist eine 57cm Panzerabwehrgeschosse 14! Das ist eine Panzerabwehrgeschosse M174! Haltet euch bereit! Lauf! Geht nach dort drüben! Geht nach dieser Position! Anstenga! Geht nach dieser Position! Geht nach dieser Position! Geht nach dieser Position! Sechert den Bereich! Geht nach Dänken! Wir wurden so ähnlich! V Yakmus! Granate! Bewegung! Haltet! Dieses Gebiet! Sechert und halten dieses Gebiet! Feier! Geht nach dieser Position! Geht nach Dänken auf den Punkt! God verdam! Geht nach Dänken! Geht nach Dänken! Mit der Weg! Gerhäuert! Wie geht nach Dänken! Oh, zack! Erwischt! Den Bereich einnehmen und verstärken! Position gehört uns! Unterdachung feiern! Zusatz zum letzten Lagebericht. Deutsche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Ich wiederhole. Deutsche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Zeit bis zur Ankunft. Fünf Minuten. Ende. Alles klar. Der Bleiregen folgt kurz darauf. Truppen stehen bereit. Wir sollen zurück zum Hauptquartier des Bataillons. Die Kopffresser sollten sich vor mir hüten. Allein wenn die mich... Bewegungsbefehl. Nur schießen und abhören. Neues Ziel! Was soll ich denn mit diesen Frischlingen anfangen? Hey doch nun Männer, gehen wir laut! Oh, die geht's ja kaum! Packt eure Sachen und folgt mir! Ich habe Befehle erhalten Jungs! Genau da Jungs! Noch mehr Munition für Uncle Sam! Jungs! Sagt er Jungs! Können wir über den Stacheldrohr drühen, ne? Ja, Quatsch! Nicht mal Stacheldrohr, ist der fucking Moschendrohrzahn! Moschendrohrzahn, what the fuck! Ich bin ein paar Träger-Decke-Rext. Horst durch auf eurem Kampfverfahren und bleibt ruhig! Spruch Deckung und achtet auf meine Signale! Munitionslage einsatzbereit! Ausschwerfen! Deckungsfeuer! Bereitmachen für Befehle! Die Jungs brauchen Unterstützung! Gebiet angreifen! Oh Gott. Position gehört uns. Unterdrückungsfeuer zum Einsatz. Speer nach vorn. Los geht's. Alles in Ordnung. Ziel nach vorn. Ziel zerstört. Weiter so. Genau da, Jungs. Noch der Polizisten für Angezer. Alter. Das ähm. War erfolgreich. Die Frage mir. Kommen die halt hier echt von hier so? Aus Deutschland halt, logisch. Nein, dann könnte man theoretisch ja hier die Packs direkt hinstellen. Ich lass die trotzdem unterstehen. Nicht, dass die halt von woanders kommen und dann stehen wir halt da im. Dunkel. Ne. Das ist ein Traum. Jetzt kochen wir mit Gas. Alles klar. Ja. 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 Ach, der beschädigte Panzer ist hier oben, Leute. Hier in dem Haus können wir auch was sagen. Die legen wir auf die 1. Gehen wir. Bring uns zu dieser neuen Position. Wir rücken ein feindliches Gebiet vor. Wachsam bleiben. Es geht los. Wie hat sich das wieder ausgedacht? Denkt daran in Bewegung zu bleiben. Egal was passiert. Eines sag ich euch. Wir werden den Bereich einnehmen und halten. Und woher kommt das? Achtung Männer. Wir eliminieren die. Wir sind in der Beschädigungsratie. Vor Postenberichten. Deutsche Streitkräfte zwei Minuten entfernt. Auf Angriff vorbereiten. Jo. Sind Haupt dran. Entsichern und Lagen. Auf uns warzt eine Schießerei. Es sieht folgendermaßen aus. Zielposition sicher. Wir machen uns auf den Weg. Nehmen doch mal Ausrüstung. Schwenkt die Kanone. Ach, verflucht. Wir bekommen neue Befehle. Kommt Männer. Es geht los. Hallo, halt. Genau da, Jungs. Noch mehr Munition für Angezett. Auf den Boden. Du bist bereit. Schließe. Bewegung. Geht zu dieser Position. Wo ist das da? Geht auf eure Post. Wirkungsfeuer. Feuer, verstand. Da ist die Base von denen. Mein Trupp ist bereit. Auf die Feldbeförderung. Stehen, Verteilschuss. Ausrücken. Los. Schweres MG. Schweres MG. Zeig ihnen. Nach Rücken. Nein. Nehmt drin Deckung. Sie haben 60 Sekunden. Ich wiederhole. Ihre vorderen Einheiten haben in 60 Sekunden Kontakt. Die verdammten Deutschen bedrängen uns. Vorsicht ist geboten, Männer. Feind neutralisiert. Feindliche Infanterie ausgeschaltet. Die Jungs brauchen Unterstützung. Gebiet angreifen. Feuer. Alle Mann behalten mal. Markiert eure Karten. Es muss jedem klar sein, welche Bereiche erobert und gehalten werden müssen. Na ja. Genauso. Das sieht ja schon aus Stellung aus. Oh leif. Die Sache ist zu heiß. Zurückziehen. Geschütztruppe erreicht. Cool dann. Feier. Feier. Achtung. Lagen und Zücken wie angewiesen. Vögelkungsfeuer. Zurück weit. Zurück weit. Verobachtungskosten melden Kontakt. Der Feind ist an ihrer Frontlinie. Okay. Macht euch bereit. Macht euch bereit. ganz schnell auf und haltet eure Feuerrate. Halten Sie diese Kreuzungen blockiert. Wenn Sie sie nicht zurückholen können, jagen Sie alles in die Luft. Cool. Direkt der Treffer. Feindliche Infanterie. Seid euch und nehmt die Abdeckung von einem Fenster. Sie haben unsere Flanke im Visier. Die Männer sind verleuert. Sie sind zerstört. Feindungsfrei. Wir haben eine Feldbeförderung erhalten. Hör mir den. Hallo. Macht euch bereit. Infanterie neutralisiert. Truppenkontentant. Die machen euch die heiße, nicht die Befehle. Schwenkt eure Ärsche nach rüber. Verlagert euer Feuer. Verdammt. Achtung Männer. Wir eliminieren sie. Sprengstoffbatterie. Feuer. 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 Was war das, Prinz? Vorsicht, Verschlägung ist da. Willkommen in der Todesfabrik, Jungs. Haltet euch an mich und ihr überlebt vielleicht. Wir haben eine Beschützbedienung verloren. Ich wollte schon richtig. Wir flackieren. Wir haben eine Infanterie-Einheit verloren. Sie wurde ausgelöscht. An die Arbeit. Seine Worte am Start, der Helmut. Der Tat ist ein. In einem unserer Eroberungsgruppen. Das hat gesetzt. Wir haben alle ins Geräusch 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 gesetzt. Gegen Feuer. Vorbewerben, die Vorschläge. Die Jungs brauchen Unterstützung. Gebiet. Sie ist für die neutralisiert. Feuer Erfolg. Keuer Einstelle. Achtung. Der Tat. Befehle, herhören! Ihr habt eure Befehle. Achtung! Deutsche schützen! Guter Waffe bereit! Drück auf die Tube! Heilige Scheiße! Wir sind an unserer Flanke! Schießen Sie los! Schießt auf Sie! Heilige Scheiße! Das ist hier! Sie sind dabei! Schießen Sie los! Gebt mir Koordinaten für Konterfeuer! Die bleiben! 105er Gefechtsbereit! Klar zum Feier! Erholen die Linienformationen! Los geht's! Werft euch auf den Boden! Stellungen überprüft Fahrer! Los geht's! Halt ab! Achtung! Wir sind bereit! Wir wollen eine sekundäre deutsche Streitkampf bei ihrer Position! Brauchen Sie auf Neuigkeiten! Die verdammte Flanke! Wir sind bereit! Verteilt! Jep! Die deutsche Kampfgruppe wird jetzt noch größer geschätzt! Genaue Anzahl steht noch raus! Bereiten Sie Verteidigungen vor! Ende! Bereit! Verteilt den Befehl! Wir werden angegriffen! Unser Polter haben wir beschossen! 105 unterwegs! Aufmerksamkeit! Gute Arbeit, wieder Arbeit! Schießen Sie los! Entschwindet von da! Vernehmung! Vernehmung! Rein da! Und ausschwärm! Befehle! Flettet die dreckigen Kraftfresser! Wo ist er? Bereit zum Einsatz! Einer wehreden! Teuer anpassen! Die Kraftfresser haben uns im Visier! Absurd. Sie haben unsere Kraft im Visier! Den leichten Panzer! Schießen Sie los! Die Beförderung wollen verteilen! Die mit Brille kommt frei! Das Ziel zerstört! Macht euch bereit! Rein in das Gebäude! Bewegung! Mehr Rohr! Uns flieht hier Blei um die Rohren! Die Schlüssel nähert sich! Bereit! Bereithalten! Bereit! Der Oberaufbruch wird überrascht! Dauter Panzer! Infanterie! Der Feind flankiert! Der Feind flankiert! Der Feind flankiert! Oh, unser f... ... … ... ... ... ... ... ... ... Befehl für Sperrfeuer, halten! Bereithalten! Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Werden mit Feuerwaffen beschossen! Die gehen mal ganz schnell auf die Eier. Feindliche Infanterie! Weg vom Verschluss! Wenn sie gepanzerte Ziele haben, werden Panzerabwehr-Artinerie. Die Jungs brauchen Unterstützung! Gebiet angreifen! Das hat gesetzt! Wir haben alle ins Gras gewissen! Bereit, erteilt den Befehl! Voller Eis! Feierer, los! Sie haben unsere Flanke unterbeschossen! Rent, verdammt noch mal! Infanterie! Den Mann! Die Deutschen verstärken ihre Linien! Verdammt, unsere Linien sind zu dünn! Wir haben nicht genug Männer, um sie aufzuhalten! Fall zurück, Doc! Konzentriert euch auf die Hauptschäden! Was? Haben wir jetzt verloren oder was? Oh lol! Ernsthaft? Nur weil wir die Brücke da... Boah!